Wenn Sie ein iPhone, iPad oder iPod haben, dann brauchen Sie unbedingt dieses unscheinbare Zubehörkabel von Callstel. Der Clou daran, mit dem AV-Kabel holen Sie blitzschnell Filme und Musik von Ihren Apple-Geräten. Einfach mit dem Dock-Connector verbinden und die Chinch-Stecker an Beamer, TV-Gerät oder Stereoanlage einstecken. Schon bringen Sie die Medieninhalte direkt von iPhone, iPad oder iPod auf Leinwand oder Bildschirm bzw. Musik in Top-Qualität auf die Stereoanlage. Als Goodie obendrauf ersetzt Ihnen das AV-Kabel die teure Dockingstation. Einfach den USB-Stecker mit einem PC verbinden, schon werden Ihre Apple-Geräte geladen. Einfach genial. Dieses kleine Kabel öffnet Ihre Apple-Geräte für die große Welt. Und das für kleines Geld. Also nicht mehr lange überlegen, sondern zuschlagen. Damit können Sie garantiert nichts falsch machen.